Wir haben es heute nicht hinbekommen, dass wir diesen Wechsel vollziehen können. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil es war unnötig. Bei allem Respekt für Hoffenheim, die das ordentlich gemacht haben. Aber hier muss man nicht nur einen Punkt, hier muss man drei Punkte holen. Hoffenheim gewinnt mit viel Leidenschaft auch das dritte Halbspiel unter dem neuen Trainer. Wir haben es in der Welt vielleicht so gut verteilt, bis zuletzt mit Ausnahme von einer Großschoss, die der Olli dann sehr gut gehalten hat. Und ich glaube, das war der Aufschlück in dem Punkt, dass wir die drei Punkte hier behalten haben. Julian Nagelsmann, seit dieser Woche...